Info Neuland TV Am Donnerstag war es ein Singabend unter der Anleitung von Kulturbeauftragten Heinz Wiebe, wo man typisch deutsche Weihnachtslieder angestimmt hat. Am Freitag fand die alljährliche Verlosung der Handelsabteilung Neuland statt, wo 70 verschiedene Preise verschenkt wurden. Zusätzlich bereicherte die Blaskapelle Neulands den Abend mit Weihnachtsmusik. Musik war auch das Thema für Samstagabend. Und Ivan Volz und seine Band präsentierten eine Show mit moderner Weihnachtsmusik. Das Ganze wurde noch verschönert mit kleinen Heißluftballons, die in den Nachthimmel verabschiedet wurden. Musik Den Abschluss am Sonntag machte ein ganz besonderes Event. Nach einem Laternenzug der Kinder gab es eine Karawane mit weihnachtlich geschmückten Fahrzeugen. Zu dieser Karawane zählten Pferdekutschen, Ritter, ein Motorrad, verschiedene Autos, alte Traktore, ein Buggy, ein Unimog und die freiwillige Feuerwehr. Die Karawane legte am Südende Neuhabstads los und zog entlang der Hauptstraße zur Plaza. Dort erwartete das Publikum den bunt leuchtenden Zug. Zusätzlich wurde eine Bewertung mit anschließender Prämierung durchgeführt, wobei der erste Platz an Herrn Marvin Friesen mit seinem zu Cabriolet verwandelten VW Käfer ging. Platz zwei ging an Herrn Jimmy Bark mit einem Unimog und der dritte Platz ging an Herrn Herbert Rempel, der mit einem historischen Trecker zusätzlich noch eine Blaskapelle mit sich zog, die dem Publikum mit Liedern den Abend verschönerte. Musik Jeder Abend wurde auch live von Radio Neuland übertragen, dessen Sendestation ein altgedienter VW-Bus war. Der Bulli gehört dem Leiter der Kommunikationsabteilung und war nicht zuletzt auch ein weiteres Schmuckstück, des Weihnachtsmarktes. Die Fenster des Wagens waren mit Weihnachtsbildern ausgeschmückt, die die Kinder für einen Malwettbewerb der Info Neuland Zeitschrift gemalt hatten. Natürlich wurden auch hier die Sieger prämiert. Genauere Informationen gibt es auf unserer Facebook-Seite oder auch auf der Webgalerie. Musik Der zweite Weihnachtsmarkt in Neuland war ein voller Erfolg. Ein besonderer Dank gilt hier den Organisatoren Mathilde Unger, Irma Dück und Corina Rempel in Zusammenarbeit mit der Kooperative Neuland. Wir warten schon gespannt auf das nächste Jahr. Musik 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 Musik